Hi, ich bin der Christoph von Dogma. Wir veranstalten einen Workshop für ausgewählte Fotografen, die lernen wollen, wie man die Bilderberge, die bei jeder Produktion rauskommen, innerhalb kürzester Zeit schnell und sicher bearbeitet bekommt. Wir haben ein System entwickelt in der Dogma-Redaktion, dass es ermöglicht, 300 Bilder pro Stunde so weit nachzubearbeiten, dass man sie hinterher verkaufen kann. Das System basiert im Kern darauf, dass man die Bilder nicht lang und breit öffnet und nachbearbeitet und wieder schließt und speichert, sondern sie nur im RAW-Converter mit vorgefertigten Presets und wenigen Klicks auf bestimmte Ästhetiken abstimmt. Wer als Microstock-Fotograf mit solchen Systemen oder mit solchen systemischen Ansätzen arbeitet, kann natürlich seinen Output maximieren und sehr viel mehr Bilder in die Datenbank der Fotolia laden. Wie das geht, lernen die Leute hier. Wer nicht hier ist, wird es bei der Dogma nachlesen müssen, denn da berichten wir regelmäßig drüber.